Die Chance ist da, 112, über die 20, sie muss rüber. Sie muss die Triple 20 erwischen. Oder erwischt sie nicht. Steve Beaton, vielleicht schon zum Match, 68 stehen. 48, 16, Matchstart, Doppel 16, Steve Beaton, er verwandelt den ersten Matchstart, bezwingt hier Fallon Sherrock mit 3 zu 2. Und das ist es eine Überraschung oder nicht, es ist egal. Wir kommen hier aus einem wunderbaren Darts-Spiel. Und der Bronze Adonis spielt, wir sagen mal, seine ganze Routine aus und spielt eines seiner besten Spiele auf der Bühne.